Hey, ja, ihr Sternschnuppe, willkommen zurück zu Hyper Dimension Neptunia, zur Fortsetzung dieses Spiels, wo wir beim letzten Mal, die nach Leanbox gereist sind, um dort, naja, ein Zeichen der Liebe zu erfahren, sag ich mal, ja, und vielen, vielen Hunderten an Monstern, war eine sehr lustige Sequenz, muss man sagen, ähm, aber, ja, war nur kurz, vielleicht fehlt, bis ich heute wieder in Gefahr, dass es noch kürzer sein könnte, befürchte ich, aber, nach dem Zoll ist es halt so, ne, und ja, wir machen da direkt das nächste, das nächste Ereignis, und zwar geht diesmal, wrong person, machen wir das, nämlich, IF, heads to the forest again, while everyone else is sleeping, will she finds a girl once more, ja, bezieht sich auf diese eine, auf die eine Nacht, Gesang, also, geht nochmal da hin, hm, Frank ist immer auf mein F, in dem Fall, ne, es war so, ne, es war so, ne, ich weiß nicht, die exacte Location, da sie ist, ja, 5PB, entsprechend, wie wissen wir mittlerweile, bis jetzt, ist ja die aus dem Radio, die Radio-Moderatorin, wenn hättest, lächbracht werden, Delingendlich. Es muss schwierig sein, einen Platz zu präzieren in der Frieden und in der Frieden, wenn du populär bist. Ich versuche, dass du sie calmest. Ich muss nur nur casual bleiben. Nicht casual. Diese Erschreckung, diese Erschrockenung holen uns. Hallo, du bist der Artist, 5PB, richtig? Schön, dich zu treffen. Stopp, stopp, stopp. Nicht flippen. Ich will nicht, dass unsere Spieler zu bekommen, 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 zu bekommen. Ich meine, es hat nur nicht vertont, aber das wussten die vielleicht nicht zu dem Zeitpunkt, als sie dir nur geschrieben haben. Calm down, okay? I'm sure that was good vocal training or something. Die ist nicht sehr gesprächig, weil Pibi nur im Radio, da taucht sie richtig auf. You act pretty different than your radio personality. Why are you so tense? So way. I'm not suspicious or anything. I mean, I know it is not convincing when I say it myself, but... I do not... I do not believe you. Yeah, it is a strange time of day, but you are being unnecessarily cautious. Please, just stay back. I was not trying to scare you. I apologize for all that. You are 5 PB, right? I know of you. You travel around and put on live shows and performances, right? I... I heard your voice here a while ago, so I thought we could maybe try and get to know each other. I travel a lot, just like you. It is nothing glamorous like music, but I journey with friends and hunt monsters. You want to tell me about any of your journeys? I do not believe. I do not believe. I do not believe. I believe she will not talk with us. I do not believe. I feel like... Well... 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 My name is... Lurica... You must have the wrong person. Hey! Where... Damn! He is gone again. What is the... What is the... What is there going on? So... That was not her? Oops! I feel dumb. She looked and sounded a lot like 5PB. Lurica... Huh? Huh? Hey... Strange. He is a bit seltsam drauf. Well... Die Doppelgängerin von 5PB, wenn sie das so sagt. Aber... Irgendwie scheint da... Irgendwas mit ihr nicht in Ordnung zu sein. Oder... Sehr schüchtern. Oder... Angst vor irgendwas. Das... Das heißt nicht in Ordnung zu sein. Das klingt jetzt negativ. Behaftet meine ich jetzt gar nicht so. Ähm... Aber sie ist doch sehr... Gegenüber ihrer... ihrem... Radiosender sehr... Rückhaltend gegenüber der Person, die da ist, ne? Gibt's hier 5PB oder High Five Radio? Ne, gibt's nicht. Also... Keine Ahnung, was da los ist. Weil ihr... Wir haben hier mal Zeit, darüber nachzudenken. Denn das war's wieder. Mit der Folge hier. Ja... War... Naja... War nicht geil. Einmal so viel kürzer als die letzte... Wollen wir mal sagen. Aber im nächsten Mal gibt's vielleicht wieder ein bisschen mehr. Vielleicht gibt's da wieder... Ein... Verlies oder... Was anderes zu tun. Mal sehen. Geben wir... Reisen noch wieder herum. Dass es dann mindestens was dann Gameplay geben wird. Und... Ja... Wir sind wieder am Ende angekommen. Deswegen sage ich... Wie immer... Danke fürs Zusehen. Und... Bis zum nächsten Mal. Bye... 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 Bye...